und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren runde rocket league ja wieder im 3 gegen 3 wettkampf diesmal ohne solo oder sonst irgendja wettkampf wettkampf und solo wird da glaube ich unterschieden wettkampf hatten wir glaube ich öfter gemacht solo weiß ich jetzt gar nicht wo da der unterschied jetzt dann speziell da ist aber es war eigentlich wieder warum wurde das jetzt nicht als schuss gewertet man kann oder würde noch nicht laufen och du scheiße oh wow oh direkt reingequasht paylag oh wieder boom ja weggenommen ja ja habe ich erwischt mittelfeldpass ah da ist einer direkt reingesprungen wollte sich die chance zu nutzen machen ach schade da war glaube ich gerade auch keiner nahe ne doch sind alle hinten ist ok was haben die denn mich ständig naja kommt auf jeden fall gut gut rein gut ja sicher ist sicher war auf jeden fall gut gemacht und ich springe halt zur absicherung halt auf jeden fall noch rein damit er auch wirklich safe rein geht und ähm und ähm ich will da keinen kill steal oder sowas in die richtung aber ähm ja was heißt kill steal also ich weiß halt tor tor steal so ist es richtig lalalala na komm oh weil der den zum annimmt hat er mir gelassen aber wir müssen nichts machen wir liegen vorne eine minute noch boom ja nice 2-0 das dürfte es dann eigentlich gewinnen sein ja da siehst du nur durch das nur dadurch dass ich ihn gerammt oh da hat sie wieder einen erwischt aber aber frei aufschlag nochmal na gut passiert nichts mehr war nicht der beste war relativ weit unten auch aber also so von den punkten her ja aber war okay in ordnung nach oben nach oben geht das irgendwie noch nicht so wirklich ne man sieht aber man sieht das irgendwie auch gar nicht wie es wann man nach oben gehen kann ja mal zurück zum hauptlinie gehen gesucht werden dürfte es ja trotzdem im match suchen ist das jetzt noch aktiv ja ist noch aktiv ok können wir trotzdem mal schauen wo wir denn da was finden Statistik ah gut da konnte ein bisschen die Siegesrate auf jeden Fall nach oben treiben 64 Tore nur 1,5 pro match vorlage 0,3 7 rettung nur 2 3 ok dann haben wir wasser hier geht auch gleich auf jeden fall los auf jeden fall kann man hier auf jeden fall einiges an Zeit in dem spiel auch verlieren und investieren macht das auch wirklich gerade relativ viel spaß ui oh wow direkt nach nach 10 Sekunden das 1,0 ok muss jetzt eigentlich im Grunde genommen einfach nur gut hinten rein stellen bisschen auf Condor lauern klappt das schon hm crazy oh wow der kommt der kommt gut jawoll nice kam echt gut richtig geiles Ding hier bam einer zischt noch vorbei aber nutzt ihm alles nichts nach we in mit just Oh fuck man Das war nicht gut Das war mein Ding Den hab ich da selber reingehauen Wäre der auch so reingegangen Ich glaube wir haben Ja Oh fuck Das Ding wäre ja richtig gut gewesen Oh wieder daneben Oh wenn Wenn ich damit mal Wenn ich damit mal treffe Ne Ja komm 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 Oh was er hier ganz schön bearbeitet Alter was für ein Luck Der Titan Krass Wäre eigentlich Wenn das jetzt mit einem Sieg klappt Wäre das dann der zweite Sieg in Folge In dieser Serie ist Nein und naja ah, stop whamming me ja, stop, du fährst halt einfach rein, ne oh, dann trifft er nicht mal mhm, 18 Sekunden noch wo ist das drin ja, der geht noch mal rein ja, damit bin ich sogar mvp jawoll oder werde ich sogar mvp new method ah lol die leute sind ja sogar hier in dem spiel mad ey auch nicht schlecht liga rauf oh prospekt liga 2 achso my team sucks like your moms Arno ok gut das spiel ist scheinbar auch ziemlich toxik ok gut, das war auf jeden Fall eine weitere Runde Wakan League würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet lasst ein positives Feedback da bis zum nächsten Mal, ciao